Ich nehme halt auch gerne jetzt in der Selbstständigkeit die Freiheit zu sagen, ja. Herzlich willkommen heute im Podcast, ich freue mich riesig, Christian Färch ist da. Er ist 35 Jahre alt, er kommt aus Lüneburg. Er hat 2015 mit Christian Färch Wedding Films angefangen. Er hat dann weiter mit dem Kollegen Schröder und Färch GbR gegründet. Er macht jetzt eine Medienagentur und hat jetzt noch eine andere Kreativ-Kollektion gegründet. Die nennt sich Hudensöhne und ist auch in Lüneburg. Ja, wir haben gerade schon mal gesprochen, das klingt ziemlich komisch, aber es ist, glaube ich, schon ein cooler Ordner. Herzlich willkommen, Christian, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ja, moin, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön. Fangen wir direkt an, wenn dich jemand fragt, der dich nicht kennt. Sag mal, Christian, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich mache Filme. Ja, ich schiebe dann immer noch nach, so, ja, ich komme ja gar nicht aus der Ecke und so. Ich habe eigentlich, ich war damals irgendwie so, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich erklären muss als Quereinsteiger, was wahrscheinlich totaler Quatsch ist, aber ja. Aber dann komme ich darauf zurück, dass ich Filme mache und hauptsächlich Hochzeitsfilme und mittlerweile aber auch so ein bisschen Werbung und Imagefilme und so. Du hast 2015 ja die Firma gegründet mit Weddingfilms und wann hast du angefangen mit Videos? Wann ging das so los? Es ging so, naja, also 2013, 2014 ging das los. Da war ich noch, also da habe ich halt so angefangen mit, da war ich noch in Berlin, da habe ich dann mit so Filmstudenten, weißt du, so Kurzfilm gedreht und so. Und genau, da kam das dann eigentlich, da hat ein Kumpel von mir geheiratet und dann habe ich mir gedacht, oh, naja, da hast du halt eine Kamera zu Hause, noch so mit Schulter-Rig und so, ne? Den ganzen Bums irgendwie, so ein Riesending mit Madbox und oben dem Zoom H4 obendrauf und dann so durch die Hochzeit gelaufen und Interviews gemacht mit den Gästen und sowas und da haben wir was draus geschnitten und da war so das erste Mal die Idee geboren und in meinem alten Job damals, also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, aber ich war ja so Unternehmensberater und da war ich halt nicht so glücklich, weil mich das von meiner Persönlichkeit her, hat das irgendwie nicht so gepasst und dann hat meine Freundin irgendwann gesagt, wir machen doch Hochzeitsfilme. Ja, so, dann habe ich gesagt, so, ja. Ja, wenn du das sagst, Schatz, mach ich. Ja, also eigentlich hast du ja gar nicht so Unrecht, ne? Weil das war halt so, jetzt fährt da draußen der Krankenwagen vorbei, das hat schon Spaß gemacht, ne? Und da habe ich mir gedacht, so dieses Filme machen, so wie man sich das vorstellt, jetzt drehen wir alle Herr der Ringe-Remake, ne? So, das ist ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen brotlos, aber das ist natürlich eine ganz andere Welt, ne? Da ist es dann natürlich auch schwer, irgendwie mit 30 noch so anzukommen und zu sagen, hey, wie sieht's denn aus? Kann ich mal ein Praktikum machen, ne? Und da war so diese Art, Filme zu machen, dann schon eher eine Schiene, die ich mir gut vorstellen konnte. Also so selbstständig, einfach machen, was du willst und... Genau, genau. Das macht ja eigentlich auch Sinn, weil du hattest ja vorher Kundengespräche, das heißt, du wusstest eigentlich genau, wie kriege ich die Leute, wie kann ich die überzeugen von meiner Arbeit, das hast du ja alles schon drauf gehabt, oder? Ja, da war ich jetzt nicht der Überflieger drin. Ja, aber es scheint ja zu funktionieren. Ja, ja, klar, also klar, klar, die ganzen unternehmerischen Basics, die hatte man dann eigentlich ganz gut so drin. Aber ich nehme halt auch gerne jetzt in der Selbstständigkeit die Freiheit zu sagen, ja, ich weiß, wie es im Lehrbuch steht, aber mach's jetzt halt auch ganz anders, oder, ne? Und an der Videografie selber, was gefällt dir da so am meisten? Was sagst du, das ist eigentlich das, wo du gesagt hast, wo deine Freundin sagte, ja, mach mal Hochzeitsfilme, du sagst, ja, 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 aber was hast du gesagt, wenn du sagst, wenn du nach Hause gehst und sagst, das war jetzt richtig cool, das macht jetzt richtig Spaß? Ich fand halt immer so das Gesamtpaket super, ne? Dieses, ähm, dieses an allen Stufen beteiligt sein, ne? Deswegen bin ich jetzt auch nicht so dieses reiner Kameramann oder mir macht nur das auf der Hochzeit Spaß oder ich schneide gerne, sondern mir hat immer so dieses Gesamtding Spaß gemacht. Also von der Konzeption über den Dreh, dieser ganze technische Kram, den finde ich schon auch ganz fetzig, ähm, bis dann in den Schnittraum, wo das dann entsprechend zusammengefummelt wird und auch entsteht. Und, ähm, das, was mich halt immer begeistert hat, waren so wirklich diese, ja, dieses, ähm, dieser, ja, super abgegriffenes Wort, aber so dieser Kinolook, ne? Diese seichten Bewegungen, ähm, diese Bilder und Einstellungen, die alle ja irgendwo eine Bedeutung haben sollen im Idealfall. Und das hat mich schon immer sehr begeistert. Und, ähm, ja, ich war halt, die meisten von uns jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein riesen Kino, äh, Filmfan. So in dem einen Jahr war ich, ich habe mal mitgezählt, da war ich, glaube ich, 96 Mal im Kino. Oh, okay. Äh, da hatte ich so eine kleine Challenge mit einem Kumpel. Und, also, das, mein ganzes Leben hat sich immer so ein bisschen um diese ganze Filmsache gedreht. Und, deswegen war es eigentlich auch, also, ich wollte damals halt auch irgendwie dann Regie studieren oder so, ne? Und habe mich dann aber halt erst mal für das Vernünftigere unter, äh, entschieden. Und das war dann irgendwo so auch der, der Moment oder der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, also, wenn ich jetzt in meinem Job kündige, dann ist so, der normale Weg ist dann, okay, man geht dann in irgendeinen Industriebetrieb und macht dann da irgendeine Managementposition. Und ich habe dann aber gesagt, nö, dann will ich es nochmal, dann will ich es halt wenigstens mal probiert. Ja, also, dann will ich das Ding, was ich so cool finde, ähm, auch mal gemacht haben. Und, und deswegen, also, das hat mich dann dazu auch bewogen, das, das dann wirklich durchzuziehen, ja. Ja, klingt cool. Und wann wurde es dann genau, du hast 2015 ja die Firma gegründet, wann wurde es dann genau professionell? Was würdest du da so sagen, was, an was würdest du festmachen, wo du sagst, ja, ab jetzt wurde es professionell? Ja, ja, ich glaube, das muss man auf, ich glaube, das kann man auf verschiedenen Ebenen ja auch betrachten, ne. Irgendwie war es bei mir relativ, es war so ein harter Cut, ne. Ich habe nicht angefangen, das nebenbei zu machen, sondern ich habe wirklich gekündigt, habe, ähm, habe dann auch direkt angefangen mit der Firma, die ist damals noch anders, ähm, äh, komme ich vielleicht gleich noch zu, ähm, und habe, habe gleich gesagt, ne, ich, das muss halt, ich will das halt direkt ans Laufen bringen. Klar, am Anfang habe ich mich mehr oder weniger von so Erspartem über Wasser gehalten, dann habe ich dann auch so diesen Gründerzuschuss, ähm, beantragt und so. Also da hat man ja in Deutschland schon, äh, ziemlich gute Möglichkeiten, sich da, äh, äh, zu unterstützen, zu lassen und, äh. Also es hören ja einige zu, die haben ja das gleiche vor, die sind Gründerzuschuss. Was hast du da für Aussichten? Sagst jetzt, ja, ich hab jetzt vor, ich mach eine riesen Firma, ich brauch mal zwei Millionen oder wo ist da die Grenze? Na, das, ähm, das funktioniert ja so. Oh, ah, das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, aber ich versuche es mal so. Mach es mal klein. Ne, ähm, klein zu machen, äh, ohne, ohne Gewehr und so. Ja. Ähm, also wenn du Anspruch auf Arbeitslosengeld hast, also wenn du irgendwie vorher, glaube ich, zwei Jahre in Deutschland, ähm, in die, in die, äh, Arbeitslosenversicherung eingezahlt hast, dann hast du Anspruch auf Arbeitslosengeld eins, glaube ich, heißt es und, ähm, glaube ich, zwölf Monate und wenn du irgendwie noch 300, ne, 150 Tage offen hast, dann kannst du bis dahin einen Gründungszuschuss, äh, beantragen und der bedeutet dann, dass man dir sechs Monate lang dein Arbeitslosengeld weiterzahlt. Ja. Ohne, dass du dich, ähm, jetzt quasi für den Arbeitsmarkt bereithalten musst und Bewerbung schreiben musst und so weiter. Okay. Sondern in der Zeit kannst du dich voll und ganz auf quasi die Gründung deines Unternehmens, ähm, konzentrieren. Ah, ich hatte das jetzt so verstanden, dass du nochmal extra Geld kriegst. Ne, 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 ne. Damit du, okay, ja. Weil das ist ja das Wort für dich falsch. Gründerzuschuss ist ja quasi Zuschuss eigentlich, oder? Ja, ich glaube, du kriegst nochmal, also, ha, da ist jetzt dünnes Eis, das ist schon ein bisschen her. Äh, ich glaube, du kriegst nochmal, du kriegst nochmal 300 Euro mehr für Versicherung oder so. Aber da will ich jetzt nicht drauf festgenagelt werden. Okay, ja. So, und es ist dann so quasi den, ja, man schenkt dir ein halbes Jahr irgendwie Unterstützung für deine Selbstständigkeit. Okay. Ja, gut ist ja, ich meine... Also, ich finde das schon ziemlich gut. Ja, schon gut. Aber du musst dann zum Arbeitsamt gehen, ist das so richtig? Ja, ja, klar, genau. Du musst, ähm, diesen Weg musst du antreten. Mhm. Ähm, gibt's auch Angenehmeres, aber auf der anderen Seite, ne, man muss halt auch irgendwie tun, was man tun muss. Mhm. Aber das stelle ich mir schon, also, wenn ich sage, Schatz, ich gehe morgen zum Arbeitsamt und dann mache ich ein halbes Jahr, ich werde selbstständig, das ist dann, glaube ich, schon eine große Entscheidung, oder? Und dann hast du das jetzt im Nachhinein sozusagen wahrscheinlich nicht bereut, aber es war schon ein steiler Weg, oder? Ja, ich habe mir den Weg so ausgemalt, ne? Ja, also, das war so, das war so geplant, von daher war das alles okay. Aber ja, irgendwo ist es natürlich, natürlich schon eine gewisse... Aber lagst du, kannst du mir, lagst du nicht irgendwann mal abends im Bett und hast gesagt, scheiße, äh, war das die richtige Entscheidung oder hast du jeden Tag gesagt, ja, wow, das ist voll geil, das passt? Ja, heute noch, ja, also, keine Ahnung, äh, also, mich immer zweifeln, ne? Also, ich glaube, so im Grunde, wenn ich mir das dann auch alles bewusst mache und so, sage ich, ja, richtige Entscheidung. Aber so Zweifeln und so schleppe ich halt irgendwie immer auch mit mir mit. Ich glaube, das ist auch, ich bin einfach so ein Grundtyp. Leicht pessimistisch an der einen oder anderen Stelle. Okay, hätte ich jetzt dich, in die Kategorie hätte ich dich jetzt gar nicht eingeschoben, aber, okay, ja, cool. Ja, ist ja wenigstens ehrlich. Ja, nein, ich meine, dass man nicht, das Problem ist jetzt zum Beispiel, was man viel sieht auf Instagram, Facebook, alles Happy, Freude, Happiness, alles total easy, ich rocke einen Film, kriege ja so und so, also, kann davon leben, Lifestyle. Das ist ja meistens, da ist ja viel, viel Arbeit dahinter und ich finde, das sollte man auch so wissen, dass das nicht einfach ist, dass man wirklich, man sagt ja immer so schön, man soll, wenn man eine Insel erobert, die Schiffe verbrennen, damit man dann auch voll durchstartet, aber das ist nicht einfach, also, solche Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist richtig, das kann ich so unterschreiben, ja, ja. Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, der von dir schon Videos bekommen hat, was würde denn mir sagen, was deine Videos zu besonders machen? Ja, frag doch mal einen. Ja, ich kenne keinen. Ja, ich glaube, so, was ich für mich als Stil entwickelt habe, ist tatsächlich, dass ich mich sehr, sehr aufs Brautpaar fokussiere. In meinen Filmen geht es immer ganz stark um die beiden, also, wenn ich das jetzt mal so runterbreche auf Bild und Ton, dann ist es halt oft das Eheversprechen oder irgendwie so Letter Reading, ne? Also, das, was die beiden zueinander sagen, was die beiden miteinander machen im Shooting oder den Tag über. Ich versuche das immer sehr, sehr zu fokussieren und auch mit meiner Bildsprache dann immer sehr nah am Brautpaar zu halten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo ich mich jetzt selber auch sagen würde, okay, das unterscheidet mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht von anderen. Ist einfach so, irgendwie für mich hat sich das irgendwie so richtig angefühlt über die Zeit dann und, ja, und, ja, ich, was sagen die sonst so? Ja, irgendwie, die meisten sagen dann im Nachhinein, dass sie geweint haben. Also, vielleicht würden die auch sagen, der bringt uns zum Heulen, der Idiot. Nein, ich meine, das ist ja eigentlich das Ziel, jedes Hochzeitsvideografen, wenn die, also ich muss sagen, ich selber, beim Schnitt, ich heule auch, das sind für mich fremde Menschen und ich heule rot zum Wasser, weil du bist so nah, du bist an so einem intimen, wunderschönsten Moment, das heißt ja nicht ohne Grund Hochzeit, also, ne? Und das ist wirklich so emotional und, also, wenn da, und ich habe schon Hochzeitsvideos gesehen, wo es dann mit Action und Drama und wo ich mir denke, nee, du hast irgendwie das Genre verfehlt, weil das muss schön und romantisch sein und nicht irgendein, so ein Cobra-El-Film oder wie das, keine Ahnung was. Also, dein Alleinstellungsmerkmal ist jetzt quasi, du machst pure Emotionen in deinem Video. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ich glaube, ich würde nie das so sagen, aber, ja, ich, genau, ich konzentriere mich sehr auf diese emotionalen Momente, genau. Und hebst du da noch hervor. Ja, also, ich meine, das hat ja alles seine Berechtigung, ne? Also, auch Action und so weiter. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Brautpaare, die sich vielleicht meine Firma angucken und sagen, oh, das ist mir irgendwie zu kitschig. Nee, aber das ist ja eigentlich das, was ich erwarte. Also, du bist ja heute im Podcast eingeladen worden. Also, ich hatte dich eigentlich nicht auf dem Schirm, sondern es hat ein Podcast-Zuhörer hat heute gesagt, der Christian Färchter macht richtig schöne Videos, lad den nochmal bitte ein. Und darum habe ich dich natürlich eingeladen. Und das ist schon, würde ich sagen, das ist schon geil, wenn andere Leute sagen, die selber Hochzeitsvideos machen, der macht geile Hochzeitsvideos. Das ist, glaube ich, schon so die größte Ehre, die man eigentlich haben kann, wenn die eigene Kollegen... Das hat mich nur 20 Euro gekostet. Ach so, ja, cool. Ey, Spaß, Spaß. Ja, total Ehre. Also, als du mir das geschrieben hast, habe ich mich mega gefreut. Ja. Auf jeden Fall. Super cool, echt. Also, klar, am Ende machen wir Filme für die Kunden, aber, also kann ja jetzt keiner bestreiten, dass wir uns auch freuen, wenn so Kollegen sagen, ey, das finde ich ganz okay, was du machst. Man hört ja im Hintergrund, du hast auch nichts zu tun eigentlich. Was schön, das ist ja dann nur Zeit für dich. Ach so, das sind alle nur, nee, nee, das ist keine Arbeit. Ja, cool. Nein, das ist wirklich, ich finde auch, ich habe, wie gesagt, in dieser Videografen-Gruppe, die Kollegen, die sind alle so lieb und nett und die zeigen einem wirklich und was man besser machen kann, was man schlechter machen kann und das ist, oder nicht, was man schlechter machen kann, aber was man halt besser machen kann, ein Video, was einem nicht so gut gefällt und das sind wirklich, weil das sind professionelle Kollegen, die einem wirklich super Mehrwert und viele Tipps geben, wo man sagt, wenn man selber so wie du, genau das gleiche habe ich, mein Werdegang war ja auch so. Ich habe ja auch selber gesagt, dieses Hochzeitsvideo, das berührt mich so emotional und das macht mir so viel Spaß und ich habe das auch nicht gelernt. Also ich habe jetzt, der Fotograf gibt eine Ausbildung, Videograf, komischerweise gibt es keine Ausbildung, da gibt es dann über Umwege Mediengestalter oder was weiß ich und das meiner Meinung nach hat das aber nichts damit zu tun, weil du fokussierst dich dann nur auf den einen Bereich und ich möchte das auch, ja genauso wie du, ich mache alles, von der Kamera, vom Ton, vom Schnitt bis zur Fertigstellung mache ich quasi alles. Also du machst ja die Gespräche mit den Kunden und wenn es eine größere Firma ist, ist das ja alles aufgeteilt. Da hat ja der Typ, der Gespräche macht mit den Kunden, nichts mit dem Kameramann zu tun. Von daher ist das eigentlich genau das, was mir Spaß macht. Ja, genau, das ist halt auch. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie nur jedes Jahr 25 Hochzeiten filmen würde, ich bin auch so ein Typ, ich sage mal, also auch wenn ich mit einem Second Shooter zum Beispiel zusammenarbeite, es ist eigentlich immer ideal, wenn die Leute auch mal selber geschnitten haben, weil dann wissen die ja ungefähr, was braucht man denn für einen Schnitt und ich sage immer so ein bisschen so, ich bin selber irgendwie, das darf jetzt keiner von denen hören, aber ich bin selber mein bester Kameramann und das meine ich jetzt gar nicht böse oder so, einfach nur, weil ich genau weiß, wie schneide ich meine Filme, welche Schnittfrequenzen habe ich, welche Bildsprache wähle ich und so. Beim Shooting weiß ich genau, nach welcher Zeit habe ich die Aufnahmen, die ich für ein 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten Film brauche. Das kann ich nicht wissen, wenn ich für jemand anderen irgendwie einfach nur Shooter. Das stimmt, ja. Meine Meinung, also. Nein, man hat ja, wie du sagst, so eine Liste im Kopf, so das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch, was natürlich manchmal ziemlich schwierig ist, wenn du dann noch, ich sage mal, eine Hochzeit ist ja auch viel Stress für das Brautpaar, die sind ja meistens auch dann total überfordert mit allem. Es ist einfach so und die muss man, also was ich ganz oft erlebe, die muss sich ja auch noch unterstützen. Also da muss ich, die fragen mich zum Beispiel auf die letzte Hochzeit, ja, wo gehört denn das Strumpfband hin, links oder rechts? Ja, ich höre auch. So was, wo ich denke so, ich filme hier, das ist mir doch egal, wo du das Strumpfband etwas. Also, ja, aber dann ist man trotzdem, würde ich nicht sagen, also nicht, dass mir einer falsch versteht, das würde ich natürlich nicht sagen. Ich sage denen dann schon liebevoll, ich glaube, das kommt links hin, soweit ich das weiß. Vielleicht auch rechts, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wisst du auch nicht, was das für eine Bedeutung haben sollte, aber. Komm, ich helfe dir mal. Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Lass doch die Finger von der Braut. Ja, nee, aber so Krawatte binden, Fliege binden. Ja, ja, genau. Einstecktuch machen und so. Genau. Aber ich, aber du, aber gut, dass du zusammensprichst, ne? Ich meine, das ist auch immer das Erste, was ich den Brautpaaren sage, ähm, das muss halt zwischen uns passen, ne? So Stil, ja, klar, Stil muss passen, ne? Ähm, aber so alles andere dann, so Details und so, da wird man sich alles einig und das ist alles überhaupt kein Thema, aber so das Persönliche muss stimmen, ne? Weil, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich auch hoffentlich recht geben, weil wir beide, also wir als Videografen sind, wir näher am Brautpaar die ganze Hochzeit über, sogar als die Verwandtschaft, so. Das ist so, ja. Den ganzen Tag und dann möchte ich niemanden dabei haben, wo ich mir irgendwie denke, kannst du bitte gehen? Ja, kannst du bitte kurz gehen oder, und dann sagt, und dann, oder, oder der sagt den ganzen Tag nichts und, ähm, ja. Dann beim Shooting plötzlich geht mal da lang und macht mal dies und küsst euch mal und, äh, streichelt euch mal hier und da und tralala. Ja, wär mir, wär mir persönlich auch komisch und deswegen, ja. Das ist immer, ich mach das, ich versuch das immer so, äh, bei dem Dreh selber, dass ich denen immer sage, tut einfach so, dass ich nicht da bin und verhaltet euch ganz normal. Das Problem ist, sobald die Kamera angeht, du wirst das kennen, jeder ist sofort, oh, warte mal, ich setze mich mal so hin, weil, äh, und versucht sich, jeder versucht sich dann anders darzustellen oder besser darzustellen, als er eigentlich ist, was, äh, total nicht authentisch rüberkommt, meistens, wo ich sage, nein, Gott. Und ich versuche zum Beispiel viel, ähm, machst du ja wahrscheinlich auch, wenn ich so, ähm, Videoshooting selber habe, also so, was man früher so Fotoshooting nannte, wo ich dann ein bisschen Zeit nur mit dem Paar hab und mach dann nochmal schöne Aufnahmen von den beiden, dass ich dann nah an denen dran bin, aber sobald es mit der Trauung oder sonst, dass ich dann eher mit Teleobjektiven arbeite und dann aus der Ferne das Ganze beobachte, damit ich diese Zeremonie auch nicht störe. Machst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, ähm, im Prinzip mach ich das genauso. Ähm, also ich, ich hab so ein bisschen für mich diesen Ansatz gewählt, ähm, oder ich bin halt einfach so, ne, äh, wenn ich da morgens hinkomme, dann gibt es erstmal gleich einen dummen Spruch und einen dummen Witz, so, ne? Was gelb und kann ich schwimmen? Im Bagger. Und warum nicht? Weil er nur einen Arm hat, so. Weißt du, und schon, und schon bist du der, irgendwie der, ja, vielleicht so ein bisschen der Alberne oder so, aber ist egal, ne? Auf jeden Fall ist die Stimmung locker, alle Leute, also die Braut, die ist vielleicht ein bisschen angespannt noch, aber alle drumherum wissen, okay, der ist wahrscheinlich ganz in Ordnung, der Typ, ne? So, und dann, am Anfang kommuniziere ich viel, weil, weil genau das, was du sagst, ne? So eine Kamera ist immer erstmal so ein, so ein Fremdkörper, und, äh, aber ich versuch das einfach, die Kamera ist halt einfach nur dabei, so, ich mach mein Ding nebenbei, das merken die gar nicht so groß, weil ich, weil ich auch viel kommuniziere und viel rede, aber nicht jetzt über, über Video und den Hochzeitstag, sondern über, ja, Gott und die Welt, ne? Was, worüber die sich auch gerade unterhalten, dann klinke ich mich mal so ein bisschen ein, ähm, das ist, mach ich vielleicht anders als andere, weil, weil oft ist ja so dieses, oh, ich nehm mich sehr zurück, ich bin da morgens schon sehr, sehr, sehr nah dran und sehr mit bei, und, und wie du auch sagtest, eben auch mit der Kamera sehr nah dran, und das geht dann eigentlich bis zum Shooting, wo man eben mit der Kamera auch nah dran ist, und da hilft das dann, wenn man vorher so eine lockere, also mir hilft das, äh, wenn ich vorher so eine lockere Atmosphäre aufgebaut hab, weil dann ist alles ein bisschen lustiger und ein bisschen einfacher und dem, ähm, passt das, aber ab dem Zeitpunkt ist es dann wirklich so, äh, da hole ich dann auch mal die lange Tüte raus, dann für, äh, für, für die Zeremonie, ne? Weil dann will ich wenig bemerkt werden, ähm, und dann bleibt es eigentlich so über den, über den Abend auch so, denn, ich meine, dann gehe ich zwar wieder auf den 50er runter, aber, ähm, da kann man sich ja dann trotzdem immer so ein bisschen, ähm, zurückhalten und, und weniger kommunizieren, weniger auffallen, und dann ziehe ich mich da so langsam irgendwie so, also meine, meine Kurve ist am Anfang ganz doll, oder nimmt das so ab, und dann nachher merkst du, also dann so, sag ich Tschüss, und dann so, ach, du bist noch da, so, ja, klar, natürlich. Ja, aber das, was ich jetzt nochmal so zusammenfassen, fassen darf, äh, für Leute, die, die so zuhören und sich das angucken, dass du einfach von Anfang an nah dran bist, um den Brautpaar auch zu zeigen, hör mal zu, die Kamera, die ich hier hab, die tut euch nichts, und, äh, dass man einfach das, ähm, mir ist das meistens so, wenn ich auch die Gäste dann, äh, mit der Kamera näher komme und möchte so ein paar Aufnahmen haben, dass die dann meistens immer gucken, einmal zur Kamera, und sind dann ganz andere Menschen in einer ganz anderen Rolle, und so, oh mein Gott, und dann ist das Gespräch meistens zu Ende, und, äh, wo ich dann, und wie du sagst, also, im Laufe des Abends werden die dann auch lockerer, nicht nur durch Alkohol, sondern, aber die kriegen dann auch mit, okay, äh, der tut ja wirklich nix, und, äh. Ja, der ist ganz, genau, genau. Cool. Ich, und, äh, da kommen wir nochmal auf die erste Frage zurück, ähm, ich hab, ich filme halt wenig andere Leute, ne, so, und, ähm, dadurch hab ich da nochmal so einen Vorteil, ähm, dass mir das recht wenig passiert. Also, du filmst nur das Brautpaar im, hast du im Fokus? Ne, 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 ja, schon im Fokus, aber ich filme natürlich auch so bei der Zeremonie die Gäste oder beim, beim Empfang, ähm, dann die Gäste empfangen kommt, allerdings dann immer erst bei den längeren Filmen dann mit rein, ähm, nicht bei den kurzen, ähm, also ich filme das schon, ne, aber es ist jetzt nicht so, dass es so für mich so ein Ding ist, sobald da irgendwie noch ein zweiter auftaucht, dass der sofort meine Kamera im Gesicht hat, ne. Okay, ich hatte mal bei einem Brautpaar, als, als, ähm, wo das Video fertig war, ja, sagte sie zu mir, ja, ich fand's schade, du hattest auf der Feier, die Gäste waren zu wenig drauf und dann hab ich dann auch gesagt, ich mach ja auch Vorgespräche und frag dann immer, was ist euch wichtig und, äh, weißt du, und dann kam dann hinterher, ja, du hattest so wenig Gäste drauf, wo ich mir denke, ja, ich hab schon alle Gäste drauf, also es ist nicht so, dass ich, äh, einen nicht drauf hab, aber, weißt du, wie ich das meine, dass man das, man versucht, das schon rauszukitzeln, sowas ist wichtig, aber daraus lerne ich ja dann auch hinterher, wo ich dann weiß, okay, da muss ich nächstes Mal beim nächsten Gespräch eher drauf eingehen. Also, also ich hab, ich hab das jetzt für mich auch gelernt, tatsächlich, weil, ähm, also ich hab wirklich zwischenzeitlich so auf den Schnitt gefilmt, dass ich teilweise so keine Deko gefilmt hab, ne. Und auch, auch jetzt ist es ja in den Filmen so, die ich, äh, mache, ist wenig Deko drinne, aber zumindest filme ich's. Ja, okay. Ja? Weil ich hatte, ich hatte tatsächlich auch mal den Fall, ähm, da ist dann, äh, leider eine, äh, eine Verwandte, ähm, ja, gestorben nach der Hochzeit und dann, ähm, wollten die natürlich irgendwie, haben versucht, irgendwie so alles Material noch zusammenzutragen und dann hat die Fotografin noch ein Bild, hat der Videograf noch ein Schnipsel, ne. Und, äh, ja, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, also die hatten noch so ein, so ein, so ein, so ein Rohmaterial Edit, äh, gebucht. Da war natürlich schon alles drinne, ne. Und, äh, da hab ich mir dann gedacht, okay, mach, mach's einfach, mach's einfach, ne. Dann schmeiß es halt am Ende nicht mit rein oder, oder schmeiß es raus, aber du hast, äh, vielleicht dann das eine Mal im Jahr, wo es vielleicht drauf ankommt, ne. Kannst du vielleicht nochmal einen rauswuppen, dann. Das hab ich jetzt nicht verstanden, einen rauswuppen. Was meinst du da jetzt mit? Na, dann hast du vielleicht noch was, ne. Also, das kommt ja nicht oft vor, das, also, ich hab das jetzt nur einmal erlebt, dass jemand gesagt hat, hast du vielleicht noch Material von der und der Person, ne. So. Ja, dass du das, ja. Und jetzt bin ich so auf dem Level, wo ich auch sag, ja, ich filme das jetzt alles mehr, obwohl es für mich nicht so eine Relevanz hat. Mhm. Weißt du, damit, falls sowas nochmal passiert, dass ich dann irgendwie was habe, dass ich sagen kann, ja, ich hab's gefilmt, äh, ich pack's euch nochmal irgendwie irgendwo drauf oder schneid's nochmal mit rein. Obwohl ich's in meinen Filmen, wie gesagt, nicht so in den Fokus stelle. Okay. Ja, dass du auf jeden Fall alles schon mal, ja, ich weiß was du machst. Ich hatte mal, wo du das sagst, so lustig mit der Dekoration, die Dekoration auf einer Hochzeit ist ja einzigartig schön. Und ich hatte mal auf einer Trauer und dann hab ich so viel Stress gehabt, aber nicht durch mich selbst. Ich bin immer eine Stunde vorher da und baue dann in Ruhe auf, weil ich brauch diese Ruhe vorher, weil es ist einfach Stress. Ich filme mit drei Kameras, der Ton muss sitzen und alles drum und dran und hab dann eh genug Stress. Und dann war irgendetwas gewesen, weil dann fragen dich die Brautjungfern, sind total nervös und dann musst du hier helfen, da helfen und du weißt ja, wie's ist. Also dann bist du, sagst ja auch nicht, nee, nee, ich hab ja andere Sachen zu tun, kümmere dich um dein eigenes Kram, sondern du hilfst dann natürlich gerne. Ja. Dann hatte ich mit der Zeit und dann hab ich mir gedacht, ach komm, die Dekoration, die filme ich nach der Trauung. Und dann war ich hinterher mit dem, nach der Trauung sind wir rausgegangen, die hatten draußen noch so ein bisschen Bespaßung und irgendwelche komischen, lustigen Spielchen. Bin dann wieder rein und dann war alles abgebaut. Und es war keine Dekoration mehr da und ich denk mir, ach du Scheiße. Und seitdem, da hab ich auch draus gelernt, Dekoration vor der Trauung-Film. Vorher. Ja, ja. Ja, kann man haben, ne? Das ist, äh, weiter. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, wie bildest du dich denn jetzt weiter? Also was, äh, du bist, bleibst ja nicht stehen, sondern du lernst ja auch selber auf dem Dreh dazu, aber hast du extern noch irgendwas, wo du sagst, ja, da, da, so bilde ich mich weiter? Oh, ja, gute Frage. Also angefangen hab ich, wie wir alle wahrscheinlich mit Creative Live Ray Roman, zehn Stunden lang. Kennst du es? Nein, ich hab gesehen, warte mal, du warst, glaub ich, bei Ray Roman, warst du, glaub ich, in München da und hast diesen Workshop absolviert bei ihm? Ja, in, äh, in London war das. Oder in London so. Aber der war auch mal in München, hab ich gesehen. Ja, 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 genau. Und ich glaube sogar, ja, ich, ich glaube, ich hatte diesen London Workshop gebucht und hab mir schon gedacht, fuck, jetzt musst du da hinfliegen in das Hotel und den ganzen Bub. Und irgendwie drei Tage später kam der München Workshop raus und ich dachte, ja, na toll. Geil. Gut, egal, London, ich meine, kann man ja mal machen. Ja. Ähm, und, äh, genau, also Ray Roman war so ein bisschen, ne, das war, als man sich dann gelöst hat, ja, ich mach jetzt Hochzeitsvideos. Gut, Ray Roman, äh, wenn man bei, bei, bei YouTube, äh, Hochzeitsvideo eingibst, taucht früher oder später eher früher Ray Roman auf. Ähm, ähm, ist jetzt mittlerweile nicht mehr meine erste Inspirationsquelle, aber definitiv so am Anfang war das für mich, äh, schon so ein bisschen der Held, ne. Ähm, und deswegen, ja, ich hab mir da so seinen, seinen Online-Workshop angeguckt, wie gesagt, bei Creative Life, glaube ich, gibt's den, äh, der ist ziemlich gut, da geht er einmal so komplett, so wie man das heutzutage ja auch kennt, den Workshop, den ganzen Tag und sein Marketing und Business und alles, geht er da durch. Und beim Workshop war es im Prinzip das Gleiche, halt nur, äh, geupdatet, wenn das Wort so heißt. Ähm, und, ähm, das war eigentlich total spannend, aber eher auch wegen ihm als Persönlichkeit, weil, also, man hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues gelernt, aber so wie er, also, wenn der einen Raum betritt, ne, der ist ja auch so zwei Meter groß. Okay. Also, der nimmt den Raum halt schon auch echt ein, ne. Also, ich, also, dem traue ich im Business alles zu, einfach. Der hat eine Ausstrahlung, eine Persönlichkeit, das, das habe ich, äh, so, glaube ich, in der Form noch nie erlebt oder selten. Aber ich glaube, der ist auch schwul, oder? Kann das sein? Ne, der hat eine Frau und Kinder. Ach, der hat eine Frau und Kinder, okay, weil der hat so viele Schwulen auch Zeiten gefilmt irgendwie. Ja, der, also, der, ich, der ist der männlichste Mensch der Welt. Der männlichste. Ja, wirklich. Ja, okay, gut. Der, der, der atmet irgendwie Testosteron aus. Keine Ahnung. Also, oh, er atmet. Und irgendwie, ja, und sonst, viel online war, also, Craig Adams, ne, kennt jetzt vielleicht auch der eine oder andere. Ja. Der hat viel gemacht online. Ansonsten gibt es ja auch ganz viele Behind-the-Scenes und so. Ja. Ich gucke mir das immer gerne an und, ähm, ich rede aber auch viel mit Kollegen einfach. So, wie macht ihr das? Wie, ähm, also alle Sachen, auch Technik, ähm, von Workflow her, ähm, aber eben auch zu Fragen. Da kommen wir gleich noch drauf zu, ja, da quetsch ich dir gleich auch noch aus, wie du das machst. Aber da kommen wir gleich zu. Und, und die Business-Sachen halt auch, ne, weil. Da kommen wir auch gleich zu. Ich, ich glaube, wenn man sein, sein Produkt, also, ich nehme mich weniger ernst als mein Produkt, zum Beispiel, ne. Ich glaube, wenn man, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn man dann an der Sache, an der man halt auch arbeitet und viel Herzblut reinsteckt, wenn man dann irgendwie, ja, wenn man da was Negatives hört, dann, dann nimmt man sich das ganz anders zu.